Glück auf und hallo, mein Name ist Tim oder auch Headbreaker, ich begrüße euch ganz herzlich zu Combat Mission Black Sea in der Mission Honor, A-M-P-B-E-M gegen den guten Dr. Fusselpulli. Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit ein wenig einsticken müssen und heute wollen wir gucken, ob wir das nicht so ein bisschen umdrehen können. In diesem Zug sollte unsere Artillerie runterkommen und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ein verheerendes Feuer auf seine anrückenden Jungs legen. Trotzdem ist die Frage, wenn er uns hier schon abfängt, schaffen wir noch den Durchbruch und kommen wir in die Entfaltung? Fragen über Fragen, aber nichtsdestotrotz, sie gehen rein in die Mission. So, wir haben jetzt hier um zwei, drei Problemchen und zwar zum einen, dass eine Infanterie hier vorgeht, denn wenn wir uns den Forward-Absolver, unseren FSO, nicht Forward-Absolver, sondern FSO angucken, sehen wir Preparing. Die Feuermission geht hier hin, wir können die jetzt ein wenig adjusten, Area Target und könnten jetzt hier, hier nicht, aber hier das ein wenig mehr hinlegen. Konfirm. Jetzt müssen wir natürlich hier aufpassen, dass sie uns hier nicht die Jungs wegschießen, die wir als Panzervernichtungstrupp ausgegliedert haben. Wir sehen, die können hier so langsam Sicht drauf bekommen, aber so richtig nicht. Und wir werden den jetzt aus den Dutten auch mal so ein bisschen vorfahren lassen. Deploy Weapon, aber die haben hier halt einfach keine Sicht. Vielleicht, wenn die dann schießen. Hier ist HQ. Hier ist HQ. Heilig hier vorn die Hecke. Die weichen aus, da kann ich halt auch nicht allzu viel machen. Sollen sie tun, sollen sich sammeln und fangen. Ah, das hilft mir nicht. In einem Gebäudehaus, dort kann er nichts sehen. Ist die Frage, fahren wir rechts, fahren wir links. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Fahrzeuge nutzen. Und die hier definitiv weiterjagen, bis an diese Position. In der Hoffnung, die Fahrzeuge hier weiter zu jagen. Wir haben eins zurückgedrängt, das wurde aber nicht zerstört. Da ist es jetzt nur in Schock gegangen. Hier ist es. Hier ist es. Können die Infanterie den Hügel nicht hochziehen, weil dann beschießt er sie? Hier ist es. Das war's. Das war's. Das ist dann halt nur ein Drei-Mann-Team. Das ist dann halt. Also. Wahrscheinlich wird er die auch äh, platt machen. Aber, das kann ich dann leider nicht mehr ändern. Gut. Und soweit hier auf der rechten Seite, hier auf der linken Seite ist halt interessant, was machen wir hier. Ähm, wir sehen da eben diesen ausgegliederten ATGM-Trupp. Dementsprechend würde ich sagen, waren wir da schon erfolgreich. Und dann ist die Frage, von dieser Position aus, können wir da hin wirken? Ja. Ich möchte dann aber tatsächlich da noch gar nicht so gerne drauf schießen. so, ich hätte die jetzt eigentlich gerne, dass sie ihr Feuer einstellen. und die Position wechseln. Dann würde ich eigentlich am liebsten da ganz gerne einfach mit Artillerie drauf natzen. Entschuldigung. Alternative wäre natürlich irgendwie zu sehen, dass sie hier mit dem Striker drauf agieren, solange die noch unterdrückt sind. Aber da sehe ich keine so großen Chancen. Ja. er sagt er kann auch von da aus nicht hinschießen dann wird das wahrscheinlich nichts er kann gefühl nirgends hinschießen schade also unsere striker sind relativ useless aktuell weil die einfach nie sicht haben wir werden das mit denen machen müssen er weiß jetzt natürlich dass ich den aufgespäht habe aber da sieht man dass er wollte hier sicherlich runterspähen und uns dann im im angang erwischen und dann mit denen könnten wir das dann machen drei minuten das könnte also klappen gut soweit ist das erstmal gut mal gucken ob wir hier noch mehr zerstörung rauskriegen oder wir zerstört werden nichtsdestotrotz ganz ideal ist die lage nicht das ist auch mir klar wir müssen uns jetzt einfach gegen seine btrs durchsetzen und das wird halt sehr sehr schwer gut aber ich schicke den zug jetzt erstmal so ab hoffen nicht vergessen zu haben und sehen wie das dieser sein beim nächsten mal ich wünsche euch was bis gleich so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Affirmative Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, was soll ich euch sagen? Es sieht gar nicht mal so gut aus. Wir werden das alles weitere gleich im nächsten Part besprechen, auch wie ich hoffe, weitermachen zu können. Aber tatsächlich, auch wenn das Match noch jung ist, sehe ich mich hier mit argen Problemen konfrontiert. Ja, ich würde fast sagen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, es bleibt spannend, aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich stacken wir aktuell ganz gut. Aber dazu mehr dann im nächsten Part. Ich danke mir für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, ich übergebe euch eine Endcard. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch. Und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.